Ja? Ich sehe dich! Hallo, guten Tag! PAN! So, also hier... PAN, die Spraydose hat aber nicht unbegrenzt Ding, sie sehe ich gerade. Oh, okay, warte, dann mach ich... Schön, dass ich die Ettenfamilie gemalt habe. Okay, hier kann man ja eh nicht. Das heißt, hier werde ich das nächste Spray machen. Ich habe noch vier Spray. Gut, dass die Ettenfamilie gemalt hat! Ja, das wusste ich ja nicht. Aber gut, ich habe jetzt... Gut. Das war's wert. Da hast du's, die Susan. Warte, jetzt muss ich ein Pfeil... zur Seite machen? Aber ich habe noch... Ein paar habe ich noch. Okay, warte. Wo ist der Pfeil? PAN, warte... Sei jetzt nicht so verschwenderisch wie ich PAN! Ich bin nicht verschwenderisch, aber ich muss das doch machen, damit wir wissen, wo wir hinmüssen. Ja, aber du musst ja nicht 20 mal... Also das reicht ja, wenn der hier steht, dann wissen wir ja... Aber bei dem weiß ich jetzt okay damit... Aber guck mal, was ist hier? Du wolltest gerade hier links rennen, aber wir müssen hier rechts. Ja, aber hier hättest du das Spray-Logo da aufheben können und dann da... Oder? Aber da kann man doch auch zur anderen Seite dann. Nee, da kann man nicht. Scheiße, das ist ein Sackgass, ich hasse mich. Ja, das wusste ich. Entschuldigung. Nee, ist egal. Ähm... Wir sprayen nix, wir schauen nur mal. Na, hier ist in den Sack. Nee, hier geht's da rein. Ja, ja, das ist ja das Ding, wo wir gleich hinmüssen unbedingt. Dafür brauchen wir ja die Valve. Müssen... Ja, okay, aber wir können uns auch ein bisschen was merken. Ja, das weiß ich auch die ganze... Aber das erleichtert jetzt gerade schon so ein bisschen was. Weißt du, wo jetzt der Exit ist? Hast du das gemerkt? Wo der Exit ist? Nee, aber den können wir markieren. Aber ich würde jetzt nicht alle drei Meter irgendeine Abzweigung markieren. Nee, mach ich ja nicht. Aber die hier fand ich war wichtig, weil wir haben ja die drei noch zu tun. Okay, okay. Und das ist ja schon sehr verwirrend. Aber die zwei reichen. Äh... Ja, genau. Weil hier können wir... Hier brauchen wir... Hier müssen wir nicht machen, weil hier rechts, da wissen wir eh dann sofort wo wir sind. Und hier... Und links ist die andere Seite. Würde ich jetzt sagen, oder? Okay, aber wo ist der Exit? Müssen wir zum Exit? Später, ja. Später, okay. Dann suchen wir den und wissen nicht, wo der Exit ist. Okay. Ja, ja, okay. Wenn wir den wieder finden, dann können wir hier sprayen. Okay. Aber das... Aber das... Aber davor sollten wir ja noch... So, hier waren wir ja... Ja. Hm. Ich fotografiere mal trotzdem den Zettel hier ab, ne? Wir waren... Aber da... Ich glaube, hier haben wir noch was zu erledigen. Hier sind diese blöde Dings, oder? Ja, aber können wir... Ich lese mal kurz vor. Ich habe es endlich geknackt. Lies. Es ist ein Labyrinth voller Balken und Knöpfe mit zwei separaten Wegen. Jeder Pfad wird durch den anderen ergänzt. Das heißt, sie müssen mit den Knöpfen Platz machen. Sie müssen trennen und sicherstellen, welcher Zaun rutscht. Wenn sie einen Knopf drücken, sodass es sich nach dem Ende dieses Labyrinths nähert, sehr wichtig, nicht so viel zu trennen. Es kann schädlich sein. Ich hasse die Übersetzung. Okay, Putzi. Wie gehen wir das am klügsten an? Also, du hast es letztens so toll gelöst, Park. Ich traue dir zu. Du schaffst es wieder, Park. Ich habe hier gar nichts gelöst. Weißt du noch? Wir haben irgendwann auch gesagt, fuck it. Okay, mach mal auf. Ja, aber wir kommen nicht drum herum. So. Natürlich geht hier nicht die Tür auf, sondern wir. Der Anfang ist ja noch leicht. Genau, hier. Es gibt ja bis jetzt wirklich nur einen Weg. Es ist jetzt eigentlich immer ein Kompon zu mir. Ja, aber trotzdem will ich... Nee, wir müssen es ja sowieso machen. Also, ich glaube, das ist ein Rätsel, was wir schon lösen können. Ich glaube, das ist ein Rätsel, das wir schon lösen können. Okay, warte, warte. Ich sehe, hier ist es hier. Guck mal, jetzt lass mal ganz kurz gucken. Ja, genau. Hier ist einer. Und jetzt achte mal, wo es aufgeht. Hinter uns ging es zu. Okay, warte ich mal nochmal zu. Hinter uns. Dann guck nochmal hinter uns und achte jetzt mal, wo es aufgeht. Das hat einfach nur das und jetzt kommen wir da rein. Ach so, direkt hier doch. Ja, genau. Okay, warte, warte. Komm her, komm her, komm her. Dann gehe ich jetzt hier rein, weil hier ist nämlich auch ein Knopf, den ich aufmachen kann. Ja. Drück mal. Ah, und jetzt geht bei mir auf. Okay, dann... Warte mal, warte mal, warte. Ich habe ja auch einen Knopf. Aber... Aber das war hinten. Dann würde ich den Knopf da vorne auch drücken, warte. Ja, mach, mach, mach. Komm zu mir, Pan. Perfekt. Genau. Ja, ist gar nicht so dumm, wenn wir uns ein bisschen aufteilen. Also zumindest... Wir müssen jetzt dann nicht weiterlaufen, aber zumindest lass mal schauen. Okay, ich drück mal kurz den Knopf und ich guck nur kurz, was der macht. Ja, weil sonst bin ich irgendwie raus. Okay, okay, okay. Ah, hinter mir ist die Tür zugegangen, hinter mir. Genau, jetzt wieder offen. Welche? Kannst du mir nochmal zeigen? Die hier? Hier, da, dieses Gitter. Okay, bleib mal da und drück mal den roten Knopf. Warte mal, ich mach das nochmal, ich mach nochmal zu. Aber das bringt ja gar nichts. Ja, aber ich will trotzdem... Nee, das ist wirklich, glaub mir. Das da hinten? Was hat sich getan? Da hinten, da hinten. In die Richtung. Also du musst, glaube ich, zu mir. Ja, okay. Dann hätten wir das hier nämlich auflassen sollen. Warte mal eben. Nee, nee, warum? Du kannst ja... Genau, jetzt komm zu mir. Und jetzt müssen wir, glaube ich, da nach hinten. Genau, ich glaube, hier ist... Ich bin sehr raus. Nee, nee, nee. Ich glaube, das ist... Ich glaube, wir sind noch gut, Pan. Da kommen jetzt her, da sind jetzt zwei. Da sind zwei Hebel. Hier ist... Hier auf der Seite, genau. Drück mal deinen. Oh, das war vor dir. Ach, warte mal, hier. Mhm. Ah, okay, warte. Und ich hab hier auch noch einen. Okay. Drück noch mal... Ja, okay. Ja, das ist nur hier. Hier ging jetzt auf. Okay. Hier. Das waren zwei Gittertüren. Zwei Gittertüren. Und jetzt ist da offen. Aber das ist doch jetzt nicht fertig. Nee, 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 nee. Aber es geht hier noch weiter. Genau. Hier sind... Oh Gott. Hier sind vier Paaren. Okay, lass mich kurz... Was passiert, wenn ich den hier mache? Ah. Warte mal, hier war was. Mach nochmal. Ja, ja. Ah, hier. Ah, das ist die hier. Ich glaube, mach mal. Mach die. Warte mal. Da kann man noch nicht rein, ne? Aber jetzt... Ich will nur schauen, wo die hinführt. Ah, da ist wieder noch... Da ist wieder eins. Warte mal, warte... Okay, bleibst du? Bleibst du? Ich denke... Was hast du jetzt gerade gemacht? Ah. Ja, okay. Das ist... Ah. Hä? Ich hab jetzt hier aufgemacht. Äh... Hier, das. Das siehst du's? Ja. Das hat... Warte mal. Ist das... Okay, guck mal. Warte mal. Dreh dich nochmal zum... Mach, 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 mach. Das ist hier, diese Gittertür. Die macht irgendwie gar... Ja. Ja, lass die so. Lass die so. Jetzt ist da hinten was aufgegangen. Ganz hinten. Ja. Ja, ja, ja. Kommen wir von hier aus dahin, oder müsste ich jetzt was... Ja, doch, 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 hier. Warte mal. Da ist ganz hinten was aufgegangen. Ich hab was gehört. Ich hab's gesehen. Ganz hinten da. Da hat was geblinkt. So blinkt. Da war irgendein anderes Geräusch jetzt gerade. Weißt du, und es kann nicht sein, dass wir welche wieder auf rot machen müssen, um da überhaupt durchzukommen. Ja, hier ist ja noch was. Schau mal, hier ist ja noch was. Hier sind noch zwei. Ja, okay. Die waren... Die haben wir aufgemacht auch gerade. Mach mal. Ah, hier Pan offen. Hier ist offen, hier ist aufgegangen. Warte, ich hab hier auch noch einen. Ah, und hier... Okay. Warte mal, wo war das jetzt gerade? Ah, okay. Ja, gut. Passt. Ja, jetzt können wir hier nämlich nicht mehr durch. Deswegen meine ich ja, einer muss nochmal zugemacht werden. Geh nochmal innen drin bei dem... Ich schau nur gerade, wo es hier lang geht, aber... Ja, ja, weiß nicht. Ja, warte, alles gut. Ich probiere eben. Ich probiere eben. Und ich sehe ja, das ist hier, der hier. Genau, hier den da. Ja. Ne, das war nicht der, mach den nochmal. Ja, das genau. Was? Ist ein anderer. Ja, ja, ich guck gerade, welcher das hier machen könnte. Deswegen. Ja, ne, ist nicht drin. Der war das. Der war's. Perfekt. Ja, was? Meine ich ja. Einer muss auf jeden Fall wieder... Die können nicht andersrum sein. Ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. Ich glaube schon, du kannst das Spiel sicher auch alleine durchspielen. Ich glaube, jetzt wird's aber tricky werden. Richtig hart tricky. Äh, warte ist... Ey, ich habe doch einen Sound-Effekt gehört. Da ist doch irgendein Schlüssel oder sowas am Boden gefallen, oder? Ah, juhu, wir haben's. Okay, alles klar. Jetzt fehlt so ein Ding hier. Ey, ne Zange. Ne, warte mal, die haben wir doch. Hast du? Oder haben wir die gefunden gehabt? Nein, auch irgendwas war da. Ich glaube. Aber okay, dann haben wir schon mal... Hier, zack, hier. Ne. Wow, ich glaube nicht. Putzi. Putzi, wir haben's geschafft. Ja, geil. Aber was... Wo sind wir jetzt? Putzi, ich glaube, hier waren wir schon... Ich meine, warte... Muss man hier drin nichts finden? War da nicht ein Schlüssel oder sowas? Hundertprozentig. Warte. Da steht auch Fire... Da steht Fire Exit. Okay. Die Spikes! Ja! Oh! Okay, warte, warte. Lass mich kurz... Ja, lass erst mal kurz in den Raum hier... Oh, hier ist auch noch ein... Wir sind ein Wahnsinn, Pan. Jetzt sag's doch mal, ha? Wir sind der Wahnsinn. Wir sind der Wahnsinn. Das haben wir doch schon gemacht. Der Zettel ist irrelevant. Das haben wir schon gemacht. Irrelevant. Das ist ja wurscht, Pan. Wir müssen ja trotzdem... Warte, hier ist der Exit. Da ist es offen. Okay. Ja, geil. Das war der Shortcut. Das ist... Ja, Pan. Geil. Wir sind unglaublich. Wir sind, glaube ich, noch im Speedrun drin. Glaub ich. Ja, geil. Oh, Pan. Wir sind ganz bestimmt, wenn wir das Level beenden, die Rekordaufsteller auf der Welt von diesem Spiel. Natürlich. Weißt du, was ich meine? Zumindest für eine Stunde oder so. Ja, und jetzt geh mal über die Bikes rum. Nicht jetzt, dass du das anmachst oder so, ha? Okay, das ist krass. Das ist krass. Putzi, jetzt haben wir den ersten Fortschritt zum letzten Mal. Pan. Hey, wir haben die ganze Zeit Fortschritte gemacht. Oh, warte. Da ist, glaube ich, auch ein Zettel mit den Zahlen. Ja, geil. Was ist der große Knopf hier? Mach mal. Alter, da geht die Tür auf hier links. Wie den Shortcut? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und so schließt sich das alles. Das Yin-Yang, Feng-Fui, alles da. Feng-Fui. Okay. Wenn die 3x3 Bildnummern in Ordnung sind, funktionieren die Aktenvernichter nicht mehr. Das heißt, ich habe den Zettel dazu. Ich weiß, ich kann dir sagen, wie das geht. Warte. Moment. Oh, der Gärtner hat angerufen. Warte, Moment. Den berufst du dann? Der Gärtner hatte angerufen. Bei euch? Ja. So ruft dich der Gärtner. Schöne Grüße. Mich ruft auch immer der Gärtner an. Ah, ich kenne das. So, warte. Ich such noch ganz kurz das mit den Zahlen. Ähm. Schließfach. Oh, nein. Wir haben den Code für das Schließfach. Da war ja ein abgeschlossener Schrank. Da haben wir auch den Code. Ich weiß, wo der Raum ist. Aber wir haben ja Shortcut. Wir haben ja Shortcut. Aber ja. Vom Anfang, also wenn wir am Anfang sehen, weiß ich das. Zahnräder. Warte. Der Müllbrecher. Hier. Ähm. Es scheint unmöglich auf die andere Seite zu lagen. Aber es gibt einen Weg. Sie müssen nur den 3x3 Rahmen finden und die Zahlen in die richtige Reihenfolge bringen. Das sollte sie aufhalten. Ey. Aber wir haben hier das Ding nochmal. Oh, ich liebe solche Rätsel. Ich hasse solche Rätsel. Pan. Viel Spaß. Warte, aber richtige Reihenfolge dann wahrscheinlich von oben, ne? Ja. Ich glaube wohl, ja. Das sind die schlimmsten Rätsel. Dieses Kack-Rätsel gab es mal in Resident Evil 4. Und es war das schlimmste Part in diesem Spiel. Im alten Resident Evil 4. Ich hasse diese Rätsel. Ja, okay. Verstehe ich. Ich muss sowieso jetzt... Du liebst sie. Hä, Pan. Warum bist du so gut? Nee, warte mal. Bin ich nicht. Das sieht relativ gut aus, glaube ich. Warte. Ich muss sowieso die 4 jetzt erstmal... Eigentlich muss ich die 4 schon hier rüberkriegen. Warte. Das dachte ich mir sofort. Ich muss die 3 nach oben kriegen, was? Ich höre sie diese Person, die dieses Ding rausreißt und dann einfach in die richtige Reihenfolge wieder reindrückt. Ja, das wärs, ne? Das wärs. Ja. 1, 2, 3... Scha, du bist ja ein Wahnsinn. Ja, aber es ist es doch nicht. Es ist es doch nicht. Was ist denn los, Pan, mit dir? Du bist ja unglaublich heute. Ah, fuck. Warte. Du bist ja erwacht. Pan, was ist denn los mit dir? Nein, wirklich. Glaub mich. Was war denn Martin drin und warum ist es bei mir nicht drin? Was war denn Martin? Erst in dem Martin? Du bist ja unglaublich, Pan. Aber heute geht es richtig rum bei dir. Du solltest heute noch ein bisschen starten. Ich sag dir eins, das funktioniert. Kannste machen, was willst. Verkauf Staubsauger. Ich sag dir als heute, das ist ein paar Pannen. Hau ran. Oh ne, das ist nur... Warte, ich muss den nach vorne schieben. Ah! Ich liebe die Rätsel. Ich sage ja, das ist ja unglaublich. 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 Pan. Ja, jetzt sieht die Müllcrusher aus. Aber wir müssen zuerst mit dem, zum Schrank mit dem Code. Ja, ja, das können wir. Aber das, das ist ja... Ey, geil. Oh, und hier ist noch... Pan, du hast es echt gut gemacht heute. Du bist ja Wahnsinn. Da bin ich jetzt auch mal wieder stolz. Carrierst heute dieses ganze Stream. Ja, ey, Professor Layton, let's go. Ja, muss ich nur sagen. Hast du vielleicht irgendwie vor dem Stream ein Kreuzhuträtsel gelöst? Oder Pan, warum bist du halt so? Ich brauch das vor einem Morgen. Ich brauch das nicht heute. Warum hab ich das heute? Ja, ich hab keine Ahnung. Oh Gott, was hab ich heute anders gemacht? Ich hab Suppe gegessen. Gemüsesuppe. Ich wollte die auch essen. Okay. Oh! Der hat da was in der Hand. Im Arm. Ja, der Typ. Oh. Ja, der leuchtet. Ja, was hat der diesen Metalldetektor oder so? Vielleicht. Das heißt aber, wir waren ja auch noch nicht, ne? Das ist, ah, okay. Ist aber auf der anderen Seite. Ja, die, die, ein Medallion Ratte. Ah ja, geil. Ich hab's nur aufgehoben. Wir brauchen ja drei Medallions. Also auch immer das ist. Achso, wir brauchen drei. Ja, wir brauchen. Also, das hatte ich das. Ich hab noch nie gesehen, wo, aber wo müssen wir denn? Ah, vielleicht gehen die die Müllcrushern. Das könnte sein. Weil ich hab noch nix gesehen. Ich würde sagen, wir gehen zuerst zu den einen Raum, dann zu den Müllcrushern. Genau, und wir haben jetzt eine Shortcut auch. Also, wir können ja jetzt quasi, wir müssen nicht mehr, wir können ja hier einfach raus. Genau, genau, genau. Aber wo sind wir hier? Weil doch ein Speedrun. Ach ja, stimmt. Hier sind wir. Ja, Putzi, geil. Ja. Okay, Hammer. Boah. Das heißt, wir sind jetzt direkt am Anfang. Das heißt, da vorne rechts gleich. Boah, geil. Krass, ey. Das ist ja... Kleiner Weg. Wie... Haben wir das wirklich leichter gemacht? Oder sind wir einfach... Also, du. Heute echt krass. Ich glaub, die haben's leichter gemacht. Ich hab keine Ahnung. Das ist ja wirklich, äh... Geil. Die Suppe war's. Die Suppe war's. Die Suppe war's. Ich fand, was war denn das für eine Suppe? Äh, das war... Also, ich hab... Das ist ganz normal, wenn du die Suppengemüse holst und das mit Gemüsebrühe aufkochst. Ja. Ein bisschen nachwürzt und dann einfach nochmal einen Extralauch reinpackst. Also, äh... Und das war's, meinst du? Das ist das, was ich sagst du? Ja, und dann... Warte. Achso, ja. Das ist wieder der Anfang. Genau. Und dann... Ist da hinten irgendwas? Da hinten ist eine Ratte, eine große. Ja, ja, ja. Warte, warte, warte. Okay, genau. Oh Gott. Genau, das mein ich, ja. Alles gut, Pendel. Ah, ne. Ist doch keine Ratte. Das ist eine Kackelicke. Äh, genau. Und dann, ähm... Hier müssen wir gleich auch nochmal langen. Hier waren wir noch nicht. Da ist auch ne Tür. Da ist wirklich nur ne Tür. Rechts, rechts, vorsichtig. Och. Äh, und dann haben wir ja da mit bisschen rein. Hinter uns ne Ratte, Pan, lauf! Hinter uns ne Ratte, lauf! Lauf, 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 lauf! Danke! Okay, sie ist weg. Sie ist weg, sie ist weg, sie ist weg. Alter! Sie ist abgebogen, aber das war echt knapp. Boah, Putzi, ey. Teamwork! Pan, das haben wir gut gemacht. Pan! Wir sind ja unkras! Putzi! Achtung, Spinne! Ah, ja. Oh, oh. Scheiße! Alles gut, der Eingang ist direkt hinter uns. Ja, ja, ja. Relativ schnell. Bin sofort wieder da, Mann. Alles gut, Pan. Okay. Ich stehe da am Rand. Ja. Oh, das ist gut. Krass, Boah. Yeah, yeah. Voll gut. Ich bin so positiv überrascht, weil das war ja letztens, wie lang wir hier lang gelaufen sind, ohne irgendein. Ohne Progress, ja. Ohne nix. Also wirklich, das war ja. Oh, Putzi. Also wirklich, wir wären locker zwei Stunden rumgelaufen. Nichts hat funktioniert. Aber auf einmal hier, bam, 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 bam. Das ist ja Wahnsinn. Wir müssen hier nur aufpassen wegen dem Hund und dann da drin wegen den scheiß Händen, ne? Stimmt hier, Mann, der Hund. Ja, ja, ja. Vier, sechs. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Ich mach mal eben das Ding auf. Ähm, vier, zwei, sechs, eins ist der Code. Oh, oh. Der Hund, der Hund, der Hund, der Hund. Wasser, 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 Wasser. Der Hund, der Hund, der Hund. Der Hund, 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 der Hund. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Ich hab' mich halt erschreckt und ich kann da nichts dafür. Ich kann da nichts dafür. Was ist der denn? Oh. 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 Oh, jetzt steht er da, jetzt kämpft er da. Ah. Ist doch nicht wahr jetzt, oder? Hallo, Kollege, wo warst du denn hier? Gibt's keinen anderen Weg da rein? Doch, von der anderen Seite, hast recht. Putzi, du hast recht? zu spät gesehen und schon glauben aber da waren wir ja auch noch nicht da habe ich ja auch noch was gesehen war doch gar nicht bei mich alles gut ich stehe da um wahl auf sich am tod ist das den traum ist bei mit menschen die haben auch bei mir hast du jetzt darauf kommt ja ja hier war nix hier konnte man nicht lang oder doch hier rum hier kommen aber nicht hier ist nichts ja okay dann lass uns doch mal in den anderen weg gehen wie sind wir hier gelaufen jetzt habe ich gerade keine orientierung mehr wir kommen von nach hinten also du bist so richtig du rennst wieder zurück sonst wenn du so läuft ja genau ich mein ja ich wollte in den raum ich glaube hier ist richtig also 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 der große raum wo ist der große raum wo ich gerade rein wo der hund ist wo der hund ist du willst du und rein ja ja ich wir müssen da rein wegen code okay dann müssen wir auf den anderen da müssen wieder da müssen wir zurück aber wir wollten ja und herum gehen oder ja geht irgendwie nicht wir kriegen das schon ich glaube der ist auch nicht mehr vielleicht ist ich wollte gerade sagen vielleicht ist es auch weg schon boah das ist eklig das wasser ne warum scheißen wir menschen so viel das ist eigentlich eh du musst ja weißt du kannst dir den schönsten menschen auf dieser erde vorstellen alle da ist der hund im eck rechts ja 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 und muss dir vorstellen dass der genauso kacken geht wie du das glaubt man ja gar nicht oder nee das ist wo du die das ist aber nicht so geil ja lauf lauf komm wir laufen wir kommen sonst nicht vorbei ich lauf auch was denn er hat mich angeknappert ja ja du darfst nicht zu nah am rand gehen da knappe du darfst nicht zu nah am rand gehen da knappe du darfst nicht zu nah am rand gehen da knappe du darfst nicht an okay so du komm wo wir hier am besten hoch kommen ja ja meine güte das ist echt so ein nerviger kommen aber den code ist auf einmal aktiv ne aber ich dachte wir schaffen oder einer von uns scheucht ihn jetzt hier rum und einer geht rein und holt den code alles rein und ich glaube wir haben es ich muss die ganz nehmen anwender alles gut alles gut wenn der hund ist nicht schlimm auch da ist alles gut alles gut ich muss mal kurz die chance ja ich gehe kurz dann machen wir mal ich lenk ihn ab hallo kein doof und hallo 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 4261 ja okay ein bisschen schwierig jetzt hier aber 4261 ich hab ich hab ja ich hab bald ein kino event na ja lasst du warte warte jetzt wollte ich die hier noch mal fragen warte 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 moment ich hab ihn immer noch bei mir ja ich beeile mich es ist leider alles gut lassen zeit ich lenke ihn ab ich hab mir keine texter ich hab kein okay dann musst du den nutzen ja warte warte ich muss so kurz hier rauskommen okay ja was für ein kino event erzählen nur so community kino event wollte ich mal veranstalten ja und es war es war nach vier stunden ausverkauft ach du hast warte mal ist das noch oder hattest du das ist am sechsten fünften aber ich ist schon ausverkauft und mit wem also wie ist das zustande gekommen ich wollte das immer schon machen und jetzt oder nein jetzt hat es die one-up das veranstaltete ach so cool jaja und wir haben den kino-saal gemietet und ist es auch schon gekauft schon nach vier stunden noch okay das ist geil auch putzi freut mich für dich ja ich hab mich sehr gefreut auch ich hab gedacht da kleiner hast du es wirklich gedacht ne ich dachte nicht dass wir voll werden weil weißt du wenn im chat braun leute schreiben dann dann klingt das natürlich viel aber der großteil kommt ja nicht aus duisburg oder köln umgebung aber was für kino ist das und was was guckt ihr oder oder wir schauen so mario film nee nee das ist einfach so für zuschauer und schön so weil da können die leute auch ihre kinder mitnehmen und so was weiß und deswegen ja ja schön dahinten mit euch beiden ich weiß die haben wir was habt ihr denn so gemacht was was du mit dem hund da vorne seid ihr beide da ja wir sind sehr gut befreundet ich weiß alles aber ich bin noch da ja okay metalldetektor habe ich jetzt vergessen wofür ich bin warte mal information ich stehe da ich habe ihn immer noch aber bei mir besteppert meine wischen ja okay warte ich gehe mal ich gehe mal kurz hier weg dann kannst du nämlich gleich auch mal alles gut alles gut der irgendwann verliert er die lust an mir okay jetzt muss ich nur ganz kurz mal wie alle meine ex-freunde ja aber dadurch hast du die richtige gedanken oder du keine ahnung okay jetzt muss überlegen wir waren gerade in dem gebiet wo wir noch nicht waren so was haben wir jetzt gemacht was können wir jetzt machen ich bin verwirrt wir haben mehr jungen gefunden ja ich habe den metalldetektor gefunden ich habe genau ich weiß nicht wofür wir wollten aber eigentlich woanders hin wir haben diesen benzin dings da immer noch und den eimer und den eimer genau aber wir wollen eigentlich irgendwo du hast ja gesagt wir gehen jetzt da und dahin habe ich ja gesagt nee lass zuerst den code machen wo wollten wir hin du wolltest ja ja du wolltest die ganze zeit wo ja da wo der hund ist da wo wir gerade sind eigentlich ja genau aber davor wolltest du dann irgendwann habe ich gesagt nee lass das zuerst mit den hund hier machen also mit denen mit denen mit dem mit dem code weiß das noch jemand leute zu den crusher zu den wo der mund ist ja stimmt gut 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 stimmt wir die crusher hier ausgemacht ja können wir auch aber ich weiß immer wo das ist ja aber wir werden es wir werden es finden so groß ist es ja doch nicht dann genau das haben wir kam auf jeden fall irgendwann beim beim anfang wieder raus das weiß ich noch beim crusher ob wir sind rein und hat er weiter japan nene das ist schon okay und dann links wie lange spielen sie schon ich glaube ich bin sofort wieder da ja ja nicht das ich weiß ja 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 okay putzi ja gleich mal in den tunnel rein du siehst du den tunnel ne du bist ja und dann links und dann rechts die treppe hoch da ist die tür das ist nämlich da wo wir bei dem dingens waren okay ich lauf gerade ich lauf gerade sehr umständlich wieder und kommen dann auch genau das ist nach diesem nach diesem labyrinth wo wir waren okay also ja 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 aber wo sind die crusher die sind danach und wir sind durch die tür gegangen und da waren wir dann mal den crushern okay ich warte vor dich mit dem labyrinth ja perfekt aber komm wieder ohne dich ist so halb so schön ich mach mich gerade ready magst du sushi paren ja sehr echt das einzige was ich mag sind diese kapamaki aber das zählt nicht ne ja ich mag die wo wirklich der ruhefisch obendrauf liegt also die rollen mag ich auch nicht so aber ich esse trotzdem ne das ist so dass die nur liebt sushi boah ich liebe sushi aufgeladen wenn es sushi gibt dann macht die nur immer sushi tanz was sie freut sich so wenn es sushi gibt dann fängt immer an zu tanzen so ist wirklich schön genau so soll es auch sein ja absolut wenn man es ist immer schön wenn man was wertschätzt das ist immer schön das ist immer schön ich genieße immer erik mag es immer wenn ich beim essen mache es oder sagt sie ich glaube ich glaube ich lasst drumherum sonst drücken wir wieder erheben und kommen nicht mehr raus oder ja warum umgehen oder ich also der weg ist es wir haben uns wir haben wir sind so weit gegangen dass wir uns den rückweg wieder versperrt haben okay ja ich verstehe und man kann aber drumherum ja auch gehen und wir müssen ja nicht nur das machen wir auch schön wir haben die tür aufgemacht ja ich glaube da ihr vor der druck müsste es sein da rechts jetzt glaube ich da recht ich gehe immer ich weiß nicht warum ich habe dass das hier ist weil ich sind wir doch wieder ah ja die tue hier rein hier genau hier war es ja alles gut aber da das ist das labyrinth da sind wir wieder draußen also ne warte hier nee da ist das labyrinth genau wir müssen hier durch wieder durch die spikes gar nicht wo ist denn die wo sind wo ist denn die müllpresse jetzt bin ich jetzt bin ich aber auch los jetzt bin ich kurz los geradeaus da war nicht hier links war auch nicht da gehen wir wieder zurück in den tunnel war das hier ich habe auf jeden fall dieser ganze meist ich gehe mal ganz kurz hier war ja noch eine tür die wir aufgemacht haben da wo der müll lag also party hier sagst du ach stimmt ja hier party hier wo der ganze müll lag ne ja stimmt also dann hier wo soll es sein ja dankeschön danke party dann müssen wir da haben da ist das medallion ich habe dir ich habe eins okay dann manchmal ich war trotzdem mal ich mache mir manchmal diesen metall aber wo soll ich das hingeben den zettel stimmt ich muss den zettel zum metalldetektor lesen nein wo soll was soll ich denn da machen hä was mache ich da weiß ich kann es da irgendwas machen also ich habe so ein medallion aber was mache ich damit informationen eine figur das kann irgendwo eingefügt werden ich habe einen überlebenden gefunden und er hat mir von einer statue erzählt die die reihenfolge sagt die dir die reihenfolge sagt wie man die verlorenen medallions im behandlungsraum platziert ich muss die statu gleich fotografieren ja ich sehe es auch schon okay du musst dich einige brecher gehen wir müssen sie aufhalten es wird gemunkelt dass ich ein geheimfach öffnet sobald dies erledigt ist das kommt man irgendwie metalldetektor ja was ich habe überall gesucht ich kann die embleme nicht finden die im wasser aufbereitungsraum angebracht werden sollten überprüfe einfach die hauptkanäle um zu sehen ob sich unter wasser ob die unter wasser sind aber diese trüben gewässer lassen es nicht zu ich sehe den boden wenn ich nur ein metalldetektor hätte wäre es viel einfacher okay ich muss die ganze zeit mit dem scheiß metall muss ja du musst durch die ganze kann ist ja mit links rum die amulette finden und schau mal hier hier sind dir so ein rabel eins rate zwei und fisch drei genau gehe mal kurz ganz kurz zur seite das ist die reinfolge okay perfekt habe ich abfotografiert und hier kannst du nichts machen 1 2 3 4 ok ja dann leiche hier ist noch mal so ein gel und schleimgel ja war schön ja die metalldetektor ok wir müssen jetzt einfach aber wir müssen in einen raum gehen und wir müssen ja in den raum die dinge verwenden behandlungsraum genau genau warte hier ist was du hast du die kacke aufgespült ich höre es warte weiter warum machen wir jetzt ich habe mich zum leuchten unbedingt es wird lauter also lauter wollen wollen wir rechte hand vorsichtig also hier wo ist was ok weil ich sehe nichts genau für deine leuchter ist eine hand war ich bitte ein scheinwerfer ich habe die schüsse zur wasseraufbereitung haben du bist ja immer ja aber okay dass ich wollte ich das machen ja du musst trotzdem mit dem ding rumlaufen weil irgendwo sollte mit der lolle liegen ja gott ok waste raum aber aber bringt uns die wasser die wasseraufbereitung bringt uns auf jeden fall in den raum wo wir die wo wir die 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 amulette einsetzen müssen wir brauchen aber geht zurück geht zurück geht zurück weil sonst wenn du schon ab ist dann glaube ich frisst er dich ja guck mal da vorne ist doch die ratte und der raum war ja total unsinnig ne ich gehe jetzt mit dem rohrein weil das ja sein ja 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 ich gehe danach hatte ich kommt der steht noch nicht an steht noch nicht an ja ich habe die nicht gesehen weil es so dunkel ist ok 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 da ist sicher auch dass die flaschen öffnet und er hat keine augen die ratte immerhin plötzlich kriegen sin ich glaube auch aber du wirst recht haben hier ist was war ein bisschen schon gibt es nicht scheiße es gibt es gibt es nicht ich habe vielleicht wenn du nirgendwo ist also darüber ist immer rüber ja genau fängt an zu pipseln nein immer noch nicht ich bin schon wieder oben weißt du in irgendeine ecke ist da ist eine ecke da kann man dann hoch ne pan ich bin ja ich bin um pan oh gott scheiße 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 pan piepst du es nicht peter oder wie es piept nicht nein ne dann ist es gibt es nix hier der pan hier gibt es nix ne pan ach du dir auch ja scheiße war klar ja ich bin sofort wieder da ich bin zu aufgehend bei ich halte sich raus aber ok das ist schon mal jetzt haben wir schon mal wieder den schlüssel ich bin guter linge dass wir das hier ich gehe mal nochmal kurz zurück zum anfang ich gucke mal ganz kurz wo der scheiße kackraum ist ja weil ich habe dann nämlich ein bisschen gerade was im kopf ok hier ist auf jeden fall ich sehe hier auch wieder einen raum ich sehe einen raum da können wir gleich auch hin da waren wir nämlich auch noch nicht du musst aber eh zu dir als erster na bitte ja ja mach ich jetzt gleich mal ok 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 ja ich habe auf jeden fall was gefunden da können wir jetzt gleich auch nochmal kurz hin ja es ist direkt in der nähe da müssen wir gleich kurz zum äh ausgang wo ist die ratte hinter dir links ich laufe ich laufe warum oh fuck weil sie mich gehört hat oder wie ich 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 wusste ich hören die so gut scheiße ja das ist es ja die haben ja so ein krasses gehör deswegen so ich stehe im leib aber ich dachte auch man schafft das jetzt ich ich auch ich dachte auch ok dann das renne ich 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 ich